Ja, jetzt kickt er mich runter. Oder auch nicht. Komm, jetzt, na, ich komm auch. Ja, hallo. Na? Nein, 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 nein. Stopp, dann einfach, dann einfach, dann einfach. Einen flauschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars auf dem Minecraft.net-Server. Und vom Weihnachtsmann wünsche ich mir besseres Equipment, weil das hier ist ja... Nichts alleine! Was habt ihr dieses Weihnachten denn so an Geschenken bekommen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ich hab bekommen... Und zwar Philips Hue-Beleuchtung. Und eine LED-Uhr. Da kommt in Zukunft auch noch ein Video zu, wo ich mal mein Setup wieder zeige, weil... Da hat sich einiges getan. Das sieht schon längst nicht mehr so aus, wie es bei dem 2000-Abonnenten-Special aussah. Schade, den krieg ich wahrscheinlich von hier nicht so mit der Angel runter. Aber das ist auch nicht nötig. Ja. Ähm... Da... Null Kill-Runde schmeckt natürlich wieder ordentlich. So, für die bösen Fische. Noch eine Angel. Und dann... Ja. Da wirst du nichts mehr finden. Ja, komm doch. Ja, wow. Wie schlecht einfach nur. Ach, really? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, hallo. So. Tja, das kommt davon, wenn man mich einfach so in die Luft springen will. Hab zwar nicht dein Equip bekommen, aber das ist mir auch mal... Kinder-unfreundliches Wort. Lass mich doch nicht in die Luft springen. Wo sind wir denn hier? Und der wird sich gerade wahrscheinlich wieder schön... ...den Stuff gönnen, damit ich mal wieder... ...richtig niedrige Chancen habe. Ja, jetzt kickt er mich runter. Oder auch nicht. Hä? Hä? Was war das denn? Der hat ja... Ich glaub, der hat den Zitteranfall. Der hat ja gar nichts gemacht. Vielleicht hat er ein bisschen aufgeregt. Keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. So lange das schöne Zeug, alles mit runtergegangen ist. Geht mir das eigentlich nichts an. Tschüss. Hallo. Na, willst du spielen? Ich komm mal rüber. Da können wir uns besser unterhalten. Oh, ich dachte gerade, der hat sich rübergeportet. Aber es war doch nur der Zaun. Ach, der holt doch sicher gleich seine Angel raus. Ganz sicher. So, dann bauen wir uns auch ein bisschen schräg. Dass der mich mal... Ach, plötzlich ist er nicht mehr auf K. Was ein Zufall. Guck mal, ich hab auch eine Angel. Ist das nicht lustig? Ja, guck mal, guck mal. Ich hab auch eine. Ist das nicht lustig? Oh, das ist ja lustig. Cool. Hallo, ich komm jetzt. Ich komm jetzt. Na, ich komm auch. Ja, hallo. Na? Nein, 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 nein. Jo, was hat der für eine Range? Mal ganz im Ernst. Also, entweder war ich gerade ein bisschen... Ah, ich hab eigentlich gut auf den draufgehalten. Aber der hat doch... Also, wenn das legit war... Jo, deine Range ist hier anders. Klingt ja nach einem richtigen Hacker-PVP-Namen hier. Damit rasiere ich bestimmt die komplette Runde mal wieder. Ach, schön. Der kommt gleich zu mir. Ist ja nett. Und da kann ich ja hier bleiben und noch ein bisschen warm bleiben in meiner Hütte. Und dann kriegt er eben... Moment, ich mach's noch hier ein bisschen warm. Da. Oh. Also... Das Ende gehört wahrscheinlich nicht zu deinem... Ähm, Moment. Da brenn einfach, brenn einfach, brenn einfach. Oh, nein. Ich bin am Fallschaden gestorben. Ach, komm. Ja, gut. Trotzdem war es ein bisschen lustig. Und wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.